Ja, hallo Leute, nach meinem Counter-Strike 1.6 Tutorial, also einen Server hosten, beziehungsweise aufsetzen auf seinem eigenen PC, haben auch viele gesagt, sie wollten ein Tutorial für CSS, ist jetzt schon länger her, aber ich habe im Moment nicht wirklich die Zeit dafür und ich wollte nur mal Bescheid sagen, dass ein Tutorial bald kommen wird. Und ja, ich werde dann auf jeden Fall nochmal ein Counter-Strike 1.5 Tutorial machen, da ich habe mit dem Counter-Strike angefangen und könnte sein, dass andere Leute auch daran Interesse haben, wie man es bekommt und ja, das war es erstmal.